Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein klassisches Unboxing, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber wir schauen uns heute mal die Xbox Series X an. Es gibt hier einmal die Series S, quasi der kleine Bruder ohne Laufwerk, ein bisschen weniger Leistung und dann einmal dieses Modell hier und da schauen wir jetzt mal an, was da sich alles in der Verpackung befindet. Los geht's! Nochmal viertes Dankeschön an Microsoft für dieses Wunderwerk der Architektur. Wir werden uns natürlich darauf auch noch Spiele anschauen, jetzt allerdings nicht, denn die sind dann für meinen Gaming-Kanal vorgesehen. Sprich, den Gaming-Kanal bzw. den Live-See-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Wie geht das denn jetzt auf? Ach, da unten hast du auch, okay. Das sind auch nochmal zwei Klebestreifen, sehr gut. Und ansonsten verspricht die Konsole 4K, 120 FPS, hat 1TB SSD. Kann man noch? Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Also da muss ich sagen, das sieht ja mal übelst krass aus. Allein die Präsentation von der Konsole, wenn man den Karton aufmacht, ist ja mal mehr als nice. Also man macht den Karton auf und hat die direkt so vor sich. Natürlich schön eingepackt, Power Your Dreams drauf. Die ist gar nicht mal so leicht, was ich jetzt nicht schlecht finde. Das ist voll geil, das ist wie so ein Weihnachtspaket eingepackt. Und da ist sie. So sieht die aus und ich muss sagen, ich finde diese Architektur sehr cool, weil das ist quasi so eine Art Kamin-Effekt. Oben ist ein großer Lüfter drin und der zieht die Luft quasi durch das Gerät durch, von vorne bis hinten. Und auch ordentliche Lüfterlöcher überall, sodass ich quasi auch in Ruhe spielen kann. Das war halt immer bei diversen anderen Konsolen ein großes Manko, dass die halt relativ laut waren. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber schreibt ganz gerne in Kommentare, wie laut eure Konsolen sind. Und ich hoffe, das Ding ist relativ leise. Also ich bin sehr gespannt darauf, gerade auch auf die Lautstärke. Und man sieht hier auch an der Seite, da sind auch nochmal so Gummi-Nuppen dran. Also das wusste ich vorher auch nicht. Man kann die dann auch so aufstellen, wenn man jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, so viel Platz in seinem Schrank hat. Deswegen ist die so auch schon ganz cool. Oder auch einfach dieses Grüne hier vorne. Das ist einfach so cool. Jetzt, wenn man die dreht, achten wir drauf. Und hinten haben wir zweimal USB, einen Netzwerkanschluss, einen Storage Expansion Slot, wo ihr so eine kleine SSD reinstopfen könnt, die extra dafür gemacht ist, um euren Speicherplatz zu erweitern. Ein Terabyte SSD gibt es darauf schon, also ist verbaut. Und zudem dann nochmal ein HDMI-Kabel, 4K, 120fps Gaming, bis zu 8K HDR möglich und vor allen Dingen 4K Blu-Rays auch noch drin. Und hier ist dann nochmal der ganz normale Stromstecker. Das soweit zu den Anschlüssen. Vorne haben wir gerade gesehen, haben wir auch nochmal einen USB-Anschluss mit dem Pairing-Knopf für die Controller. Hier kann man die CD rausholen und hier oben ist dann nochmal der coole Anknopf. Jetzt kommen wir dazu, was hier noch drin ist. Zum einen ist hier so ein Griff dran. Ich glaube, da ist der Quick-Start-Guy drin. Und es gibt sogar eine App, um die Konsole einzurichten. Muss man nicht unbedingt haben, finde ich aber eigentlich ganz witzig. Und hier ist dann noch das drin. Einmal ein HDMI-Kabel, der Netzstecker. Finde ich sehr, sehr geil, dass das Netz dann mittlerweile in den Konsolen verbaut ist. Wenn man überlegt, was man zum Beispiel bei der Xbox 360 dabei hatte, da hatte man immer draußen so ein riesiges Netzteil irgendwo rumliegen. War nicht so cool, da finde ich das hier bei weitem besser. Aber ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon Standard. Und hier ist der neue Controller drin. Oh, da ist ja noch mehr drin. Ah, mit zwei Batterien. Altbewährtes Design und muss ich ganz ehrlich sagen, Batterien da drin sind mir viel, viel lieber als ein Akku, der da drin verbaut ist. Ganz einfach deswegen. Ich hatte es schon oft bei anderen Konsolen, da möchtest du mal wieder spielen und da ist ein Controller einfach leer. Da sitzt du da entweder und wartest, bis der voll ist oder du hast halt so einen Akku dabei und dann das Kabel direkt am Controller. Ist dann auch nicht so cool. Deswegen finde ich sowas eigentlich ganz geil. Wenn die Batterien mal leer sind, einfach austauschen und weiter geht's. So, so sieht die jetzt aus. Wie wir sehen können, sehen die halt fast identisch aus, bis auf ein paar kleine Details, wie zum Beispiel einmal eine Taste mehr und das Steuerkreuz ist komplett anders. Auf jeden Fall altbewährtes Design, was ich ganz cool finde. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, sind das so die besten Controller. Ich spiele damit halt, also mit dem Ding hier schon jahrelang am PC und natürlich auch Xbox. Also das zu dem Controller. Warte, den fahre ich mal wieder weg. Alles klar, das war's und so weit. Was ich gerne noch von euch wissen wollen würde, wäre, wenn ihr euch das halt zulegen solltet, wie stellt ihr die hin? Hoch kann oder quer? Ich bin eher der Quertyp. Und wie gesagt, ich finde die Architektur ganz geil, gerade mit dem Lüfter, mit dem großen, der hier ist und einmal die ganze Luft da durchsaugt. Und ich bin sehr gespannt auch auf die Spiele, die da laufen. Dazu, wie erwähnt, wird es noch ein paar Videos geben auf meinem Gaming-Kanal und im Livestream-Kanal. Und deswegen lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, schreibt rein, wie ihr das findet oder ob ihr da andere Alternativen habt, PC oder wer weiß was. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!